Eine kurze Umfrage. Wer von euch hätte Interesse, den Film von Tina Barra, Bianca läuft, über meine beschissene Wenigkeit zu sehen? Ich habe mich bei ihr rückversichert, rechtlich ist es schwierig wegen der Musik und so weiter, aber an einem Abend dürfte ich ihn auf einer Videoplattform Vimeo, mir sagt es gar nichts, zeigen. Insofern nun hier ein kleiner Spoiler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun bedürfte es eures Feedbacks, wer ist dabei, wer hat Interesse, wer hat Wandzeit.